Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgefahren nicht der Weisheit letzter Schluss. Dieses Mal geht es um Nextcloud Talk, die in Nextcloud integrierte Videokonferenzlösung. Und naja, was man machen kann, wenn man nicht zu allen Teilnehmern eine gute Verbindung hat. Da gibt es so Methoden für, Stichwort ist dann und turn und wie man das Ganze mit co-turn aufsetzt, darum geht es dieses Mal. Ja, also dieses Problem, das kennt ihr vielleicht auch von anderen Videokonferenzlösungen, beziehungsweise ihr kennt die nicht, weil dafür Vorkehrungen getroffen wurden, um Probleme zu umgehen. Also üblicherweise, wenn man jetzt so eine Videokonferenzlösung hat, wo die Teilnehmer direkt eine Verbindung zueinander aufbauen, also Peer-to-Peer, dann kann es sein, dass einige von euch vielleicht keine richtige öffentliche IP-Adresse mehr haben. Denn den meisten Providern sind einfach die IPv4-Adressen mal ausgegangen und daher vergeben sie dieselbe IP-Adresse gleichzeitig an mehrere Kunden. Das ist so wie das NAT, was ihr aus eurem privaten Netzwerk kennt. Also hinter eurem Router habt ihr andere IP-Adressen als die eine, die nach draußen geht. Und sowas gibt es auch für die Provider, also euren Internetanbieter. Da heißt es Carrier-Grade-Net. Und hier hinter diesen blauen Dingern, da ist immer ein Link dahinter. Und wenn ihr euch die Folie nochmal anguckt, also nicht bloß im Video, sondern auch wirklich anguckt, wie sie hier unten verlinkt ist in der Videobeschreibung, dann könnt ihr natürlich die Links auch anklicken. Und die Folien sind auch immer ganz praktisch, dass ihr da nochmal schnell durchblättern könnt, ohne dass ihr das Video nochmal komplett gucken müsst. Guckt das natürlich gerne nochmal, aber manchmal ist es einfach schneller, bloß die Folien durchzublättern. Wir haben zwei Methoden, einmal STUN und einmal TURN, um mit dieser Situation umzugehen. STUN sorgt eigentlich bloß dafür, dass sich die beiden Geräte finden können. Also ihr sitzt hinter so einem NAT-Netzwerk, habt nach außen eine öffentliche IP-Adresse, also ihr habt wirklich noch eine, und euer Gegenüber sitzt auch in einem lokalen Netzwerk natürlich und hat auch eine öffentliche IP-Adresse zum Internet. Und damit ihr beiden zueinander kommt, gibt es STUN, das tauscht Informationen darüber aus, wie ihr euch finden könnt. Dabei braucht, glaube ich, bloß eine Seite, eine richtige IP-Adresse zu haben zum Internet, also eine nicht mit anderen Kunden geteilte, und dann funktioniert das. Das funktioniert eher mit lockeren NAT-Firewalls. Wenn ihr jetzt eine besonders scharfe Firewall habt, dann funktioniert das auch schon nicht mehr, aber für viele Fälle klappt das schon mal. STUN ist genauso wie TURN ein spezielles Protokoll, ein Netzwerkprotokoll, was üblicherweise auf einem anderen Server im Internet liegt, sodass beide Seiten wirklich darauf zugreifen können, und dafür gibt es CO-TURN. Also das ist die Software dafür, und das gucken wir uns gleich auch nochmal an. TURN im Gegensatz dazu sorgt nicht nur dafür, dass die Informationen über die Netzwerkzustände und so weiter ausgetauscht werden, wie STUN, sondern tunnelt auch wirklich. Also dann machen beide Seiten keine direkte Verbindung zu den jeweiligen Endgeräten, hinter NAT oder Firewall, sondern das läuft einmal durch diesen TURN-Server durch, den beide reichen müssen, sonst klappt das auch nicht. Ist irgendwie klar. Wenn ihr ein bisschen mehr dazu noch wissen wollt, gibt es dazu auch einen Wikipedia-Artikel. Da steht nochmal deutlich mehr drin, als ich jetzt so erzählt habe. Die jetzt schon mehrfach erwähnte Software CO-TURN ist eine Open-Source-Software, und das Wohl hier, das ist eigentlich ziemlich genau eine Three-Clause-BSD-Lizenz da drunter. Also ihr seid da wirklich ziemlich frei, wie ihr es einsetzen könnt, und guckt aber gerne nochmal unterm Link danach. Also ich meine, das ist es, aber guckt sicherheitshalber nochmal nach. CO-TURN ist ein STUN- und TURN-Server in einem, der auch Verbindungen über TLS verschlüsseln kann. Die Projektseite ist folgende bei GitHub. Guckt da gerne drauf, wenn ihr vielleicht noch ein bisschen mehr wissen wollt, in Quelltext reingucken möchtet und so weiter und so fort. Aber prinzipiell braucht ihr das auch nicht, denn unter Debian und Derivaten wie Ubuntu und Linux Mint könnt ihr CO-TURN einfach aus den Paketquellen als Root natürlich installieren. Und das funktioniert über APT oder wenn ihr einen grafischen Paketmanager haben möchtet, dann geht es da drüber natürlich auch. CO-TURN ist prinzipiell relativ schnell installiert. Ein Paket und dann hat man ihn drauf. Problematisch ist allerdings die Konfiguration. Da habe ich ein bisschen länger für gebraucht, bis ich das Ganze zum Laufen gekriegt habe, damit ich auch verstanden habe, wie das genau funktioniert. Also von daher dieses Video hier. Ansonsten wäre es irgendwie ein bisschen witzlos. Ich habe natürlich eine Menge dazu im Internet gelesen, wie man das machen soll. Und das ist hier jetzt die Zusammenfassung mit den Dingen, die für mich wirklich funktioniert haben. Also ich habe eine Menge gesehen, was so nicht geklappt hat aus diversen Gründen. Und ja, also für mich läuft es, für euch höchstwahrscheinlich auch. Macht es gerne nach oder lasst es bleiben, wie ich eigentlich immer am Ende sage, aber hier jetzt auch schon mal. Die Einstellungen werden in der zentralen Datei ETC-Turn-Server vorgenommen. Und auf mehrere Folien habe ich jetzt verteilt, wie sich diese Konfigurationsdatei aufbaut. Denn die hat so ein paar mehr einzelne Punkte, die man doch irgendwie ein bisschen erklären sollte. Also wir haben einmal den Parameter hier Listening Port. Da gibt man eine Portnummer an, die auch natürlich frei sein muss zum Internet offen. Das Ganze installiert ihr ja auf einem Server im Internet, der von beiden Seiten, also von beiden Gesprächspartnern erreichbar sein muss. Und dieser Port muss natürlich auch zum Internet hin offen sein. Ihr wählt euch da relativ freien Port aus. Der sollte über 1024 sein, damit es kein privilegierter Port ist. Aber ansonsten seid ihr relativ frei. Da darf natürlich nichts anderes drauflaufen. Aber ansonsten ist es relativ egal. Ich habe hier mal den Port 1234 genommen. Und mit der Konfiguration hier bekommt ihr nicht nur den Port, sondern auch den mit der nächsthöheren Portnummer noch dazu. Das ist denn die 1, 2, 3 und 5. Müsst ihr berücksichtigen. Das gibt so ein Alternativport und das ist dann der nächsthöhere. Über einen zusätzlichen Parameter kann man das Ganze noch wieder ein bisschen umbauen, dass er nicht der nächsthöhere ist, sondern sonst irgendwie weit davon weg liegt. Aber üblicherweise wird der nächsthöhere auch noch mitverwendet. Neben dem unverschlüsselten Port beziehungsweise dem nächsthöheren hier gibt es auch noch den verschlüsselten, der TLS-Verbindung abhandelt. Und da könnt ihr auch noch frei eine Portnummer wiederum festlegen. Das ist denn der Parameter hier. Und dann haben wir hier noch einen Wertbereich mit verschiedenen Ports. Also der Minimal-Port und der Maximale-Port werden festgelegt. Und das sind die Ports, über die diese Relay-Verbindungen stattfinden. Damit man auch mehrere Gespräche gleichzeitig über denselben Turn-Server laufen lassen kann, braucht man ein paar mehr Ports. Also in diesem Fall sind das jetzt mal so 1001. Natürlich müssen wir jetzt auch dafür sorgen, dass diese Ports von außen erreichbar sind. Wenn ihr jetzt die UFW-Firewall verwendet, dann müssen wir die ganzen jetzt nochmal freischalten. Also die Ports, die wir schon hatten, also den hier plus den nächsten, dann für TLS und den ganzen Bereich hier. Allerdings nur für UDP, für den Relay-Teil. Ansonsten klappt das natürlich nicht. Die Einstellungen, die hier jetzt drin sind, die kleben wir an die Turn-Server.conf hinten an. Das Ganze hier sind jetzt Bash-Befehle, also mit Echo und dem, was hier in Anführungszeichen steht, von da bis da, wird über den Doppelfeil nach rechts immer an diese Datei hier angefügt. Wenn ein einzelner Pfeil nach rechts bloß wäre, dann würde die Datei komplett überschrieben werden. Also wir fügen immer was an, ohne die Datei zu löschen und fügen einzelne Parameter mit Inhalten jetzt hinzu. Jetzt geht es darum, um dafür zu sorgen, dass unser Codeturn-Server nicht einfach von irgendjemandem verwendet werden kann. Man kann den auch so konfigurieren, dass quasi jeder den mitverwenden kann. Aber ich denke mal, in den meisten Fällen möchte man das nicht. Allein schon, um den ganzen Traffic darauf nicht zu haben. Denn wenn er erstmal offen ist, vielleicht irgendwo bekannt wird, dann hat man auf einmal eine Menge Traffic. Und je nachdem, wie man den Server bzw. den V-Server bezahlt, hat man ein Limit, wie viel Datendurchsatz in dem Vertrag, den man abgeschlossen hat, vielleicht drin ist. Und danach muss man es denn pro, keine Ahnung, Gigabyte, sonst irgendwas nochmal extra bezahlen. Also von daher machen wir das Ding nach außen hin insofern zu, dass man bloß mit einem Zugangssicherheitsschlüssel reinkommt. Als Sicherheitsschlüssel nehmen wir jetzt einen zufälligen Buchstaben- und Zahlenzufallswert, bzw. wir nehmen hier einen Hexwert, also 0 bis 9 als Ziffern haben wir und A bis F als Buchstaben. Also Hexwerte fallen da raus mit dem OpenSSL-RAND, also zufällig. Und das Ganze soll 32,8 mit Zahlen lang sein, also vom Zahlenbereich 0 bis 255. Und da jede von diesen einzelnen Zahlen wiederum 2 Hexzeichen lang ist, wird diese Zeichenfolge, die da hinten rausfällt, 64 Zeichen lang. Ja, also da haben wir einen relativ guten Sicherheitsschlüssel, der zufällig ist und den man jetzt nicht so leicht erraten kann. Den verwenden wir als nächstes, indem wir hier erst mal sagen, dass wir überhaupt so einen Sicherheitsschlüssel verwenden möchten. Das machen wir hier drüber über Use Auth Secret. Und dann sagen wir dem Ganzen auch noch, welchen Zufallswert wir hier, oder welches Passwort, welchen Sicherheitsschlüssel wir verwenden möchten. Und darüber wird das eingefügt. Also mit $secret ist dieser variablen Inhalt, den wir hier oben gesetzt haben, denn an der Stelle eingefügt. Und das Ganze wird in die Datei geschrieben. Als nächstes legen wir jetzt fest, unter welcher Domain, beziehungsweise Subdomain unser CodeTurnServer erreichbar ist. Und dort setzen wir über Realm und Name der Domain, beziehungsweise Subdomain, hier mal example.com, wie das Ganze gemeint ist. Wird wiederum angefügt. Als nächstes legen wir jetzt noch fest, wo protokolliert werden soll, wenn irgendwas nicht so ganz funktioniert. Wir sagen einmal hier rüber, dass nichts auf der Standardausgabe geschrieben werden soll, sondern dass das Ganze schön fein säuberlich über hier Log-File in einer Datei abgelegt werden soll. Nämlich habe ich mal hier festgelegt. Ihr könnt auch was anderes dafür nehmen, aber die Schreibrechte müssten stimmen. Dazu kommen wir am Ende auch nochmal. Und wiederum fügen wir das Ganze natürlich in der Datei an. Jetzt wollen wir das Ganze vielleicht auch noch ein bisschen sicherer haben. Im Moment bewegen wir uns noch im unverschlüsselten Raum und wir möchten vielleicht, dass diese durchgetunnelten Gesprächs- und Videoinformationen nicht unbedingt im Klartext fließen, sondern dass das Ganze auch sauber durch eine TLS-Verschlüsselung verschlüsselt wird. Und dafür brauchen wir natürlich ein Zertifikat und den dazugehörigen privaten Schlüssel, damit das Ganze funktioniert. Man kann die Dinge natürlich so machen, indem man die selbst generiert und selbst signiert. Dann hat man allerdings das Problem dabei, dass Browser und die Nextcloud selbst das nicht mögen, weil die dem erstmal so nicht vertrauen. Es gibt natürlich irgendwie Tricks dafür, dass man das denn doch machen kann, aber irgendwie ist das ja doof. Von daher kann man auch Zertifikate, die man zum Beispiel durch Let's Encrypt bekommt, direkt in Codern weiterverwenden. Und wenn man das Ganze jetzt so ein bisschen weiter treibt, wenn man sich mit Let's Encrypt und dem CertBot und was auch immer es noch für Skripte da gibt, die genau dasselbe machen, nicht auseinandersetzen möchte, kann man auch den Web-Server Caddy dafür verwenden, denn der kümmert sich automatisch um die Zertifikate, holt die ab von Let's Encrypt oder beziehungsweise generiert die lokal, lässt die dann von Let's Encrypt irgendwie signieren und sonst irgendwas, so dass das Ganze funktioniert. Und die Zertifikate, die ihr denn eh schon habt, die kann man eben auch in Codern weiterverwenden. Und das machen wir auch. An unsere Turn-Server-Conf fügen wir wiederum an weitere Parameter. Einmal über Cert sagen wir, wie das Zertifikat ist und über P-Key, wie die Datei ist, in der sich der private Schlüssel befindet. Diese beiden Dateien werden auch durch Caddy bereitgestellt, allerdings an einer Stelle, wo Codern nicht drauf zugreifen kann, denn Codern läuft üblicherweise unter einem anderen Benutzer als der Caddy-Server. Von daher muss man da noch ein bisschen was umbauen. Dazu kommen wir auch noch. Dann legen wir hier noch unter Cypher-List eine Liste mit verschiedenen Verschlüsselungsalgorithmen fest, die wir auch wirklich verwenden wollen. Das ist eine Liste, wo die drin sind, die wahrscheinlich im Moment noch als sicher gelten. Muss man hin und wieder wahrscheinlich mal ein paar rausschmeißen und durch neuere ersetzen, aber das ist jetzt so das, was ich da gefunden habe. Denn ansonsten kann es sein, dass ich jetzt die Endstellen, also die Browser von beiden Gesprächsteilnehmern und der Nextcloud-Server und der Codern-Server auf irgendeine Verschlüsselung einigen, die nicht mehr sicher ist. Von daher begrenzen wir das Ganze und filtern schon mal die Verschlüsselungsalgorithmen raus, die irgendwie schon so ein bisschen streng riechen. Was wir auch nicht mehr haben wollen, sind alte Verbindungsprotokolle. Die deaktivieren wir hier. Also kein SSL-Version 3, kein TLS-Version 1 und 1.1 ist verboten. Sagen wir dem Codern-Server, dass er diese Verbindungen nicht mehr aufbauen soll. Und bei der Kommunikationsaufbaufase, da handeln die Teilnehmer die Verschlüsselungsparameter und die Protokolle so aus, dass alle irgendwie zufrieden sind. Und durch das Verbieten sagen wir hier, nee, die Dinger, damit sind wir nicht zufrieden. Also ihr müsst was Besseres nehmen. Das dient eurer Sicherheit. Jetzt legen wir auch noch fest, wie wir Zugriffe weiter beschränken wollen, indem wir jetzt noch Grenzen festlegen. Sowas wie, wie viele maximale gleichzeitige Zugriffe sind erlaubt, damit der Server nicht platt geht. Oder wir erhöhen auch nochmal die Sicherheit, indem wir jetzt sagen, alle 10 Minuten muss so ein zusätzlich an die Nachrichten angehängtes Zusatzwort nochmal geändert werden, damit überprüft werden kann, ob das Ganze richtig und nicht modifiziert ist. Was wir auch nicht wollen, ist Weiterleitung an Multicast-Adressen, die extra dafür definiert sind, dass man, wenn man zu einer was hinschickt, dass ein ganzes Netzwerk diese Pakete, diese Netzwerkpakete bekommt. Wir wollen ja nämlich eine 1 zu 1 Verbindung machen, die allerdings über unseren Code-Turn-Server immer durchgetunnelt wird. Also da hat Multicast nichts zu suchen. Zum Multicast geht es natürlich auch noch in Artikel. Bei Wikipedia guckt er gar nicht mal vorbei. Was wir auch nicht wollen, wir wollen auch keine Weiterleitung auf Loopback-Adressen. Das sind lokale Netzwerk-Adressen über die Prozesse, die auf eurem eigenen Server laufen, Informationen austauschen können, so als wie die 127.0.0.1. Also da soll Code-Turn sich auch nicht drum kümmern. Man kann Code-Turn auch so konfigurieren, dass man ihn während der Laufzeit auch noch per Telnet umkonfigurieren kann. Das möchte ich nicht, möchtet ihr wahrscheinlich auch nicht, es sei denn, ihr habt Gründe, dann müsst ihr woanders nach Informationen gucken, warum ihr das und wie ihr das machen möchtet. Aber ich stelle das Ganze aus. Über NoCLI funktioniert das nicht mehr. Unter Debian bzw. Ubuntu, Linux, Mint und wahrscheinlich sehr vielen weiteren Derivaten läuft der Code-Turn unter dem Benutzer und der gleichnamigen Gruppe Turn-Server. Da wir ja auf unsere DLS-Dateien zugreifen müssen, damit wir auch die Verschlüsselung nutzen können und damit diese Protokoll-Datei geschrieben werden kann, braucht der Code-Turn dementsprechend auch noch Zugriffsrechte auf die jeweiligen Verzeichnisse. Ich habe mir ausgedacht, dass ich hier unter var-log-code-turn die Log-Dateien abspeichern möchte und unter etc-turn-server die TLS-Zertifikate lesen möchte. Da es beide Verzeichnisse so nicht gibt, lege ich die an mit mkdir als root natürlich, damit ich dort wirklich was anlegen kann, sonst gibt es einen Zugriff-Feder. Und über shown-change-owner lege ich fest, welcher Benutzer und welche Gruppe den nachfolgenden Verzeichnissen zugeordnet werden soll. Also das gehört jetzt dem Turn-Server beziehungsweise dem Code-Turn. Damit kann der Code-Turn auch in dieses Verzeichnis reinschreiben, weil es ihm wirklich gehört und da auf jeden Fall draus lesen beziehungsweise auch reinschreiben. Mit den Zertifikaten haben wir noch so ein bisschen Probleme, denn der Caddy, der holt sich hin und wieder neue Zertifikate, die von Let's Encrypt ausgestellt werden, die haben eine begrenzte Lebenszeit und Caddy sorgt dafür, dass die aktualisiert werden, bevor sie ablaufen. Also der kümmert sich von sich aus darum. Allerdings läuft der Caddy in einem anderen Benutzerkontext als der Code-Turn. Die verwenden andere Benutzer, unter denen die ausgeführt werden. Daher muss man dafür sorgen, dass die Zertifikatsdateien, die von Caddy kommen, auch von dem Code-Turn verwendet werden können. Es gibt natürlich wieder verschiedene Methoden, wie man das Ganze machen kann. Prinzipiell könnte man beide in eine Gruppe stecken, um diese Zugriffssachen zu regeln. Ich habe mich allerdings für einen anderen Ansatz entschieden, indem ich jetzt diese Zertifikatsdateien von Caddy nehme und dann an eine Stelle kopiere, wo der Code-Turn sie auch lesen kann. Und das mache ich sehr regelmäßig, nämlich einmal täglich. Da habe ich jetzt so ein kleines Skript hier vorbereitet, was die Einrichtung für euch übernimmt. Wir legen in einer Variable, die Domain heißt, fest, wie die Domain heißt, für die der Caddy einmal die Zertifikate anfordert. Und das muss dieselbe Domain, beziehungsweise das Hub-Domain sein, unter der auch der Code-Turn läuft. Sonst klappt das Ganze nicht. Dann schreiben wir jetzt hier eine neue Skript-Datei, die von CON ausgeführt wird und eben einmal täglich ausgeführt wird. Da gibt es verschiedene Verzeichnisse unter etc. CON.WEEKLY oder so was. Und da gibt es auch DAILY. Und ja, wie der Name sagt, einmal täglich ausführen und die ganze Datei mit dem ganzen Namen heißt. Denn so könnt ihr auch anders benennen, wie ihr wollt. Was wir da reinschreiben über Echo ist das hier. Also immer von Anführungszeichen bis Anführungszeichen geht das Ganze. Und damit das ein richtiges Skript wird, fängt das dann an mit RAUTE, Ausführungszeichen, BIN BASH. Darüber wird das Ganze interpretiert über den BASH-Interpreter beziehungsweise die BASH-Shell. Dann müssen wir jetzt noch gucken, wo jetzt diese beiden Dateien sind, die wir auch wirklich haben möchten. Unter varlibcaddy.local da sind verschiedene Verzeichnisse drunter und da liegen verschiedene Dateien drin. Und uns interessiert eine Datei, die mit .key aufhört und davor steht unsere Domain beziehungsweise die Subdomain, die wir hier oben festgelegt haben. Über find bekommen wir eine Verzeichnis- und Dateiliste mit allem, was jetzt unter diesem Pfad hier drunter liegt und auch in den Unterverzeichnissen. Und mit grep nehmen wir durch das Pipe hier die Ausgabe, die von dem hier generiert wird und lassen uns noch die Zeilen ausgeben, wo der Domain-Name, also in diesem Fall example.com und .key drin ist. Und damit sollten wir exakt eine Datei haben und durch das Ganze hier, durch das Dollar und die runden Klammern wird das erstmal ausgeführt und dann erst in diese Datei reingeschrieben. Also das hier taucht gar nicht mehr drinnen auf, sondern da steht dann varlibcaddy.local-example.com-example.com.key. Das heißt irgendwie anders, aber damit ihr ungefähr wie das funktioniert. Und das kopieren wir nach etc-turnserver-p-key.pem Das Ganze machen wir auch noch mit dem Zertifikat. Wird denn dahin geschrieben? Über Chone sorgen wir jetzt dafür, dass das Ganze auch wiederum Turnserver dem Benutzer beziehungsweise der Gruppe Turnserver gehört. Und nicht nur das Verzeichnis selbst, sondern auch alle Unterverzeichnisse und die Dateien, die sich da drin befinden. Und das machen wir über minus großes R. Wenn wir das minus große R weglassen würden, würden wir bloß hier für etc-turnserver die Rechte setzen, aber nicht für die Dateien, die sich da drin gehören. Denn diese einzelnen Con-Jobs werden erstmal mit Root-Rechten ausgeführt und über das Umbauen von den Rechten hier sagen wir, das gehört jetzt hinterher noch jemand anders. Wir starten auch noch den Coturn einmal neu, damit, wenn es da jetzt wirklich eine Änderung gegeben hat, an den Zertifikaten, dass einmal neu gestartet wird und auch wirklich die neuen Dateien verwendet. Wir haben da ein Zeitfenster zwischen dem Ablaufen von dem Zertifikat und dem, was Caddy sich schon mal neu auf Vorrat holt, was groß genug ist, sodass wir mit einem Tag auch ganz gut hinkommen. Nach dem Schreiben von dem ganzen Skript müssen wir auch noch dafür sorgen, dass es auch ausführbar ist über chmod. Setzen wir nochmal die Zugriffsrechte anders, also nicht für Benutzer und Gruppe, sondern weitere Ausführrechte, zum Beispiel hier plus x, sagen wir, dieses Skript ist jetzt ausführbar. Da wir jetzt schon eine ganze Menge konfiguriert haben, starten wir jetzt den Coturn-Server auch nochmal neu. Also das ist quasi der erste Neustart von eurem Coturn-Server, wenn ihr die Konfiguration so Stück für Stück durchgenommen habt, wie ich das hier gezeigt habe. Da eventuell Cron nicht auf jedem System drauf ist, installieren wir den vielleicht auch nochmal nach. Über apt install minus y sagen wir dem Paketmanager, also apt installiere ohne weitere Nachfragen das Paket Cron und bei Cron kommt üblicherweise auch Exim mit. Das ist so ein Mail-Agent, also der für den Austausch von Mails zuständig ist, der aber häufiger mal so ein paar Sicherheitsprobleme hat und den braucht man auch nicht unbedingt. Von daher möchte ich den eigentlich lieber wieder loswerden. Darum kommt als nächstes schon wieder hinterher. apt, Paketmanager, entferne mir ohne Rückfragen alles, was zu Exim dazugehört und das Paket Cron bleibt weiterhin installiert. Aber Exim, diese, ja, leider kommt es immer wieder zu Sicherheitsproblemen. damit kommt denn weg, damit habt ihr ein Problem weniger. Zu guter Letzt müssen wir das Ganze natürlich auch noch irgendwie verwenden. In Nextcloud Talk muss man das Ganze noch einrichten, ansonsten weiß der Nextcloud-Server überhaupt nicht, dass wir einen eigenen Stun-Server und Turn-Server haben, denn ich hatte das Problem, dass ein anderer Stun-Server eingetragen war, einer von Nextcloud direkt, der überhaupt nicht mehr erreichbar war. Also von daher ist es gut, wenn man an der Stelle einen eigenen hat. Man findet diese Einstellungen, indem man auf dieses eigene Icon, was ihr rechts, ja genau, also rechts oben habt, drauf geht, da ist euer Buchstabe von eurem Namen drin, drauf gehen und wenn ihr euren Nextcloud-Server überhaupt administrieren dürft, in der Gruppe Administrator, wie auch immer das Ding heißt, drin seid, dann solltet ihr dort finden Verwaltungseinstellungen und dann gibt es den Abschnitt Talk, wie man auch in diesem Screenshot hier sieht. Dann scrollt ihr ein bisschen hin und her und dann findet ihr den Abschnitt Stun-Server und bei Stun gebt ihr das ein, was wir am Anfang konfiguriert haben, also wie eure Domain, Subdomain und so weiter heißen und dann im Doppelpunkt die Port-Adresse. Ähnlich macht ihr es im Bereich Turn, da sagt ihr einmal hier nur Turn, das ist denn die unverschlüsselte Port-Adresse, in diesem Fall wiederum die 1234 und dieser Turn-Schlüssel, den wir generiert haben, diesen Sicherheitsschlüssel, den lest ihr aus eurer Konfigurationsdatei aus. Dasselbe machen wir jetzt auch nochmal für Turn-S, also die verschlüsselten Turn-Verbindungen, die über TLS laufen, mit der anderen Port-Adresse hier 1238 und dieser Sicherheitsschlüssel bleibt da gleich. Dann gibt es rechts, wo ich das ein, genau, also direkt links neben meinem Kopf, gibt es denn so ein Feld, wo ich das mal rot eingemalt habe, wo ihr draufklicken könnt und wenn alles funktioniert, bekommt ihr an beiden Stellen so einen grünen Haken. Dann sieht die Welt für Next Cloud Talk erstmal in Ordnung aus. Ja, und dann seid ihr prinzipiell durch mit der ganzen Sache. Und, ja, wenn ihr damit irgendwie nicht zurechtkommen sollt, ich biete ja auch Service für diese Konfigurationssachen an. Also, da kommen wir bestimmt irgendwie zusammen, wenn es da irgendwie Bedarf gibt. Das war es dann auch für dieses Mal. So ein bisschen kompliziertere Konfiguration, die man auch brauchen kann, vor allem, wenn man so ein bisschen unabhängig werden möchte von anderen Anbietern, indem man sich einen eigenen Next Cloud Server mit Next Cloud Talk aufsetzt und darüber Videokonferenzen macht und nicht über irgendwelche anderen Sachen, die datenschutzmäßig eher gruselig sind. Ansonsten macht es natürlich gerne nach. Lasst es bleiben oder, wenn ihr Hilfe braucht, meldet euch gerne bei mir. Ich mache sowas auch als Dienstleistung. Genau, eigentlich haben wir es ja schon. Also macht es nach, macht es nicht nach. Natürlich auf jeden Fall abonnieren und Glocke drücken. Und bis dann. Und tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020